AUSA 2023, Washington, D.C. Mitten im Herbst jeden Jahres treffen sich die Sicherheitsexperten und Militärs aus der ganzen Welt in der amerikanischen Hauptstadt. Und 2023 scheinen sich noch mehr Fachbesucher gleich zu Beginn vor dem Walter E. Washington Convention Center anzustellen, um in die AUSA zu kommen. AUSA ist die Abkürzung für Association of the United States Army und dieser Verband ist der Veranstalter der größten Konferenz und Messe für Verteidigung ihrer Art. Man spürt deutlich das Interesse, gerade unter den Aspekten der Bedrohung durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Aber auch der brutale Überfall der Hamas auf Israel spielen eine Rolle. Die Sicherheitslage auf der Welt ist leider alles andere als stabil. Einmal mehr hebt die AUSA die Fähigkeiten von Armeeorganisationen zur Landesverteidigung hervor und präsentiert ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen der Rüstungsindustrie. Auf der weitläufigen Nettoausstellungsfläche von ungefähr 25.000 Quadratmetern präsentieren sich über 700 Aussteller. Mit gut 33.000 registrierten Teilnehmern aus über 80 Ländern ist die Veranstaltung eine der wichtigsten Kommunikationsplattformen, um Regierungsvertreter und Führungskräfte der US Army sowie ihre Verbündeten über die aktuellen Prioritäten und Möglichkeiten der Verteidigung aufzuklären und zu informieren. So sind neben den vorherrschenden Uniformen der USA auch die Farben anderer Länder auszumachen, die wie viele weitere europäische Teilnehmer und NATO-Mitglieder selbstverständlich vertreten sind. Unter den vielen internationalen Beteiligungen findet sich auch ein deutscher Gemeinschaftsstand. Aber es ist zu sehen, wie stark gerade die europäischen Interessen zwischenzeitlich verbunden sind. So tritt das alteingesessene deutsche Rüstungsunternehmen Krauss-Maffei Wegmann ohne martialische Exponate heute im Verbund mit der niederländischen KMW Nexter Defense Systems als KNDS auf, ein deutsch-französisches Gemeinschaftsunternehmen mit Sitz in Amsterdam. Europäisch geht es auch beim Unternehmen Airbus zu, die ebenfalls auf die Präsentation von reellen Exponaten verzichten, sondern ein Modell zeigen. Aber die vielseitigen Möglichkeiten ihrer Helikopter, die inzwischen teils auch in den USA produziert werden, sind den meisten Besuchern hinlänglich bekannt. Es sind auf der AUSA auch oft die Gespräche zwischen den Fachleuten, die das Wichtigste sind. Wobei auffällt, dass der Einsatz von autonomen Systemen eine immer größere Bedeutung erlangt. Das interessiert natürlich auch die rund 300 registrierten Medienvertreter, für die solche Exponate ein guter Hintergrund für Interviews darstellen. So ist beim Hersteller Rheinmetall das gepanzerte Fahrzeug Skyranger M5 Ripsaw zu sehen. Ein hochmobiles, effektives und präzises Luftverteidigungssystem, das in der Lage ist, moderne Bedrohungen auf dem Gefechtsfeld zu bekämpfen, insbesondere hochagile oder kleine unbemannte Luftziele im Schwarm. Wobei das zentrale Thema in der Tat zum einen das schier unermessliche Angebot an Drohnen zu sein scheint und zum anderen das ihrer Bekämpfung. Daneben sind in den Hallen unterschiedliche Landfahrzeuge und Verteidigungssysteme zu sehen, die mit ihrer Größe und Panzerung oft sehr martialisch daherkommen. Denn bei aller Digitalisierung und Luftunterstützung müssen letztlich Soldaten die Sicherheit für die Bevölkerung im Bedrohungsfall wiederherstellen. Und die Unversehrtheit der Sicherheitskräfte spielt dabei eine immer wichtigere Rolle. Die Konflikte auf der Welt nehmen leider nicht ab. Allerdings muss sich die Verteidigung dabei vermehrt auch auf andere Bedrohungen einstellen. In der digitalen Welt gilt es auch Cyberattacken auf unsere moderne Infrastruktur abzuwehren. So bleibt dem zivilen Betrachter nur zu hoffen, dass mit all der Verteidigungstechnik die Sicherheit gerade in unserer sogenannten westlichen Welt Bestand hat und die aktuellen Konflikte sich nicht ausbreiten.